Und ich hörte sozusagen den Lärm des Donners. Und ich schaute auf und siehe da, es war der Tod, der sagte, komm und sieh! Die Geschichte zieht Legenden den Menschen vor. Sie zieht den Adel der Brutalität vor. Pathetische Reden den uneigennützigen Taten. Die Geschichte Gedenk der Schlachten. Jedoch nicht des Blutvergießens. Wie dem auch sei, sie gedenkt meiner, bevor ich Präsident wurde. Sie sollte sich jedoch nur an einen Bruchteil der Wahrheit erinnern. Und die Hölle folgte mir. Überall herrscht Dunkelheit, Mr. Lincoln. Meine Mutter wurde ermordet. Ich sehe den Zorn brennen. Finden Sie das Gleichgewicht zum Wohle der Menschheit. Ich werde Sie alle töten. Es wird Zeit, dass wir eine eigene Nation werden. Dieser Krieg endet heute Nacht. Nur die Lebenden können die Toten vernichten. Wohle deroses Rpowerful. Der Monter wird die Torben heute nicht unter der att questoOOK- Untertitelung des ZDF, 2020